Wir Leckerländer sind die Profis für den Unterwegskonsum. Wir beliefern über 51.000 Verkaufspunkte. Das machen wir mit über 3.000 Mitarbeitern. Wir beliefern die Kunden mit Lebensmitteln, Tabakwaren, sogar Prepaid-Produkten und eröffnen jetzt im September ein neues Zentrallager in der Wedemark und dafür suchen wir Berufskraftfahrer. Also ich bin jetzt seit 12 Jahren hier und das nicht von ungefähr. Würde mir das nicht gefallen, wäre ich schon mal anders. Ich bin seit 5 Jahren bei Leckerland, habe 3 Jahre meine Ausbildung gemacht, bin jetzt 2 Jahre übernommen worden und macht weiterhin viel Spaß. Top Verdrütung, Top-Arbeitsklima, finde ich gut hier. Ich liebe den Kundenkontakt, bin gerne bei meinen Kunden. Wenn man seine feste Tour hat, man kennt die Kunden, man weiß, wie die Abläufe sind, läuft alles. Wenn du Lust hast auf ein starkes Unternehmen innerhalb der Rewe-Gruppe, eine Firma, die dich überdurchschnittlich bezahlt, die deine Kosten für jegliche Weiterbildung übernimmt, wo auch warten, bewirb dich für die Wedemark. Werd Leckerländer. Werd Leckerländer. Untertitelung des ZDF, 2020